Ich heisse Leila Puschkar, bin 37 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei Kindern. Vor 27 Jahren bin ich als Flüchtling in die Schweiz gekommen. Ich bin Fachfrau Gesundheit und arbeite seit 2003 im Kantonsspital Graubünden. Ich setze mich ein für die Sicherheit der Familie in Domadems. Dazu gehören sichere Fuss, Schul- und Velowäge. Darum habe ich bei der Gemeinde auch schon eine Petition eingereicht. Auch Migrationspolitik und Vereinbarkeit von Familien und Beruf sind mir sehr wichtig. Posto vani glasac, was glas nam je potreben. Glasaite 29 November an SP Strang. Hvala! Und jetzt zu dir. Zeit ist rief für mein Gemeinwohl. Von allein wird's nicht besser. Darum wähle Lista 2.